Gang Nummer vier ist dieses kleine Steak. Lichter würde ich sagen, es ist Carpaccio, aber für uns ist es ein richtiges Steak. Die werde ich jetzt schön braten in einer Grillpfanne und du machst bitte dazu eine große Wok-Pfanne oder Wok-Gemüse. So machen wir es. Wok muss man immer schön heiß werden lassen, gell? Ja. Und die Pfanne für die Steak auch. Immer ganz wichtig, dass es schön heiß ist die Pfanne. Timian, Rosmarin und guck mal hin, was für schöne Steaks es war. Bin ich mal gespannt, was du sagst. Jetzt kommt darauf, ganz wichtig, diese wunderbare Kräuterbutter.